Mit freundlicher Genehmigung von Veda Elysia lese ich euch den Teil des Buches Die Bienen aus dem Buch Fahrt ins Paradies vor, passend zu unserer Reihe der Bienenflüsterer. Beziehungsweise Botschafter. Das Buch Fahrt ins Paradies bringt dir auf fantastische Weise das Leben auf einem Familienlandsitz näher. Dieses Buch und noch viele weitere Artikel kannst du bei dem Marktplatz blindenquell.de bestellen. Schau gerne mal rein. Nun viel Freude beim Zuhören. Deine Arni Ich füllte mir meine mitgebrachte Flasche mit Seifenkrautwaschmittel und etwas Wascherde aus der Holztonne in mein Tongefäß. Korkte es zu und stellte alles auf den Tresen. Ah, und ein Glas von dem göttlichen Veda Elysia Honig hätte ich noch gerne. Susanne winkte mich mit ihren Fingern heran und raunte im geheimnisvollen Ton. Ein Geheimtipp. Ich weiß, dass Jonathan heute am Siebenstern ein paar Honigwaben herausnimmt. Wenn du Lust hast, geh hin und lasse dir ein Stück Wabe geben. Der Honig, der da drin ist. Sowas hast du bestimmt noch nie probiert. Das ist göttlich. Ich sah sie erstaunt an. Ah ja, wenn du das sagst, dass der so viel besser ist, dann werde ich dir mal glauben, antwortete ich perplex. Ich empfand den Honig, der hier im Laden unter Weda Elysia Honig angeboten wird, schon als himmlisch. Nie hatte ich vormals so leckeren Honig gegessen. Und so, aus der Wabe soll er noch besser sein? Dann werde ich gleich mal Jonathan besuchen. Ich wollte mir sowieso schon lange den Siebenstern ansehen. Alles, was ich bisher darüber gehört hatte, war einfach faszinierend. Anscheinend werden die Bienenstöcke dort so positioniert, dass sie einen Stern mit sieben Zacken ergeben. Diese Formation soll wohl eine direkt spürbare Energie freisetzen. Ich packte die Einkäufe in meinem Korb, bedankte mich bei Susanne und machte mich auf den Weg ins Siedlungszentrum. Hinter dem Gemeinschaftshaus bestieg ich die gebogene Brücke über den Mühlenbach und lief den Pfad entlang, der links zwischen den Mammutbäumen endete. Die Mammutbäume waren inzwischen schon über 5 Meter hoch. Inzwischen erhaschte ich einen Blick auf den beeindruckenden, fast 2 Meter hohen Erdenhüterkristall, welcher genau im Mittelpunkt des Mammutbaumkreises stand. Obwohl ich mich mit sowas noch schwer tat, hatte ich den Eindruck einer besonderen Schwingung dieses Kristalls, selbst auf diese Entfernung. Mark hatte mir erzählt, dass es jemanden gab, der in den vergangenen Jahren überall auf der Welt diese Erdhüterkristalle gesammelt hatte, damit sie vor Missbrauch und Zerstörung geschützt sind. Sie standen auf seinem Grundstück und warteten auf den Platz, für den sie bestimmt waren. Sobald sich der Platz offenbart und die Erdenhüterkristalle dort eingesetzt werden, unterstützen sie durch ihr Energiefeld die Heilung der Erde. Inzwischen standen die meisten dieser Kristalle an einem Energienetz an viele Orte der Erde. Ich wandte meinen Blick ab und ging weiter durch das schon recht ansehnliche Birkenwäldchen. Zwischen den jungen Bäumen hindurch konnte ich mein Ziel sehen. Leise und vorsichtig betrat ich die Lichtung. Dort lagen sieben flache Steine in einem großen Kreis, auf denen jeweils ein aufrecht stehender Baumstamm positioniert war. Diese stellten wohl die Ecken des sieben Sterns dar. Im Zentrum dieser Anordnung war ein weiterer Stein gesetzt, jedoch ein kleinerer. Um mich herum nahm ich ein vielstimmiges Summenwahr, das an- und abschwoll. Eine Vielzahl von Bienen umkreiste die Baumstämme, sodass ich den Eindruck hatte, eine Wolke schwebte drumherum. In bester Erinnerung an den erhaltenen Westenstich hielt ich respektvoll Abstand. Erst auf den zweiten Blick bemerkte ich den jungen Mann, der neben den Stämmen im Gras lag und schlief. Als ich mich ihm näherte, wachte er auf und blinzelte mich an. Hallo Jonathan, begrüßte ich ihn freudig. Ich dachte, du wolltest hier Honigwaben ernten. Jedenfalls hat Susanne das gesagt. Da hat sie auch recht. Allerdings stimme ich mich gerne auf diese Tätigkeit ein, indem ich einfach nur im Gras liegend dem Bienensummen lausche. Das wirkt sehr entspannend. Und man könnte manchmal dabei einschlafen, lachte er. Damit waren wir auch schon mitten im Gespräch. Denn Bienen hatte ich schon immer faszinierend gefunden. Da ich von einem Bekannten aus den Medien auf das viel zitierte Bienensterben aufmerksam geworden war, fragte ich Jonathan, wie er diese Dinge in den Griff bekomme. Hier sind die Bienen nicht all jenen schädlichen Einflüssen ausgesetzt, sagte er mit sanfter Miene. Dieses Phänomen rührt daher, dass die Menschen den Bienen ihre Lebensgrundlage entzogen haben. Sie finden nicht mehr genug Nahrung, werden in unnatürlichen Behausungen gehalten und mit Zucker gefüttert. Und wenn ein Volk nicht den maximalen Honigertrag vorweist, wird die Königin getötet und durch eine künstlich besamte Königin ersetzt. Wen wundert es, dass die Bienen da sterben? Er erzählte mir, wie lebensfreudig die Bienen auf den Landsitzen sind, in einer Fülle von Nahrungspflanzen und ohne künstlicher Zucht. Wir lassen die Bienen schwärmen und bieten ihnen hohle Baumstämme in der Umgebung an, sagte Jonathan. Diese sind teilweise morsch, sodass genug andere Kleintiere darin Unterschlupf finden. Zum Beispiel der Bücherskorpion, der gerne auch Varroa-Milben frisst. Außerdem wird durch das morsche Holz die Feuchtigkeit im Stock perfekt reguliert. So kommen erst gar keine Schimmelpilze und Bakterien auf, wie das in anderen Beuten der Fall ist. Die runde Form begünstigt die Raumausnutzung und erleichtert den Bienen, dass sie als sogenannte Wintertraube eng zusammengekauert die kalte Jahreszeit überstehen. Das einfache Motto für gesunde Bienen lautet also Naturnahe Lebensweise. Das erstaunte mich. Ich wusste von meinem Bekannten, dass er mehrmals im Jahr seine Bienen mit der chemischen Keule entmilbte. War die Lösung tatsächlich so einfach? Warum sind denn die anderen Imker nicht auf diese einfache Idee gekommen, fragte ich ihn. Nun, daran ist ganz offensichtlich der technokratische Fortschritt der Menschen beteiligt. Die meisten Bienenstöcke sind heute aus glattwandigem Holz oder sogar Styropor. Die Stöcke werden jede Woche geöffnet und die Waben und die Etagen nach gut Dünken versetzt. Das führt dann immer zu neuen Problemen, wie Milben oder Krankheiten. Diese unnatürlichen Bedingungen erlauben aber eine rationelle, ertragsorientierte Imkerei. Es geht um Honig, Wachs und Propolis, also um Geld. Naturnahe Bienenhaltung funktioniert jedoch nur, wenn alle Imker in der Nähe und auch die Bauern der Umgebung mitmachen. In einer blühenden Siedlung von Familienlandsitzen ist das einfacher. In unseren Klotzbeuten leben die Bücherskorpione in Symbiose mit den Bienen und krabbeln sogar manchmal auf ihnen herum, um sie zu entlausen. Das Stockklima wird nicht gestört, weil die Brutkammern fast nie geöffnet werden. Wenn doch, dann lassen wir die Waben in ihrer von den Bienen bestimmten Anordnung. Und Honig wird nur entnommen, wenn die Bienen etwas übrig lassen. Dementsprechend kostbar ist dieses Gut für uns Menschen. Wie erntet ihr den Honig? Wir warten normalerweise bis zum Frühjahr. Wenn die Kirschblüte beginnt, schauen wir nach, ob die Bienen im Bereich der seitlich angebrachten Klappe noch Honig gelagert haben. Sie benötigen ihn dann nicht mehr, sodass wir ihn dankbar entnehmen können. Natürlich ernten wir auf diese Weise nur kleine Mengen an Honig, aber die Gesundheit unserer Völker ist uns das allemal wert. Auf diese Weise können Menschen und Biene gemeinsam existieren, ohne Ausbeutung. Aber jetzt will ich dich gerne an diesem Geschenk der Bienen teilhaben lassen. Ich werde einmal einen Stock öffnen. Mit diesen Worten trat er an einen der Stämme heran. Ich war immer noch etwas beunruhigt durch die Bienen, denen die Stämme umschwirrten. Seltsamerweise stand Jonathan, nun mitten in diesem Gewimmel und fürchtete sich in keiner Weise vor einem Stich. Offenbar war er tatsächlich mit den Bienen auf einer Wellenlänge. Du kannst ruhig herantreten, ermutigte er mich. Die Bienen nehmen unsere friedliche Haltung wahr. Sie kennen mich und lassen mich gewähren. Auch dir werden sie nichts tun. Er öffnete die Klappe, die ich nun seitlich am Stamm erkennen konnte, mit einem Werkzeug, das mich an eine Meißel erinnerte. Wie er mir dabei erläuterte, hatten die Bienen die Ritzen an den Rändern der Klappe von innen mit einem klebrigen Baumharz gefüllt, so dass er sie nur durch die Hebelwirkung des Werkzeugs lösen konnte. Jonathan legte die Klappe beiseite und aus dem Inneren des Stammes kamen einige Bienen heraus, die wohl erkunden wollten, warum sich plötzlich ein Loch auftat. Ich konnte mehrere Waben erkennen, die sehr dicht von geschäftigten Bienen besetzt waren. Das Gewimmel hatte etwas Hypnotisches an sich. Jede Biene wusste genau, was sie tun sollte. Jedoch konnte ich nicht erahnen, wie sie miteinander kommunizierten. Als ich Jonathan danach fragte, erklärte er mir, die Kommunikation ist faszinierend, denn eigentlich ist es im Baumstamm ja stockdunkel. Die Bienen kommunizieren über Pheromone, also Duftstoffe, miteinander. Außerdem spüren sie die Vibrationen der Bienentänze auf den frei schwingenden Waben und werden so von den Kundschafterinnen über Nektarquellen instruiert. Die Augen sind im Stock zwar nutzlos, dafür können Bienen aber in Stereo riechen. Jetzt war ich platt. Die Bienentänze kannte ich noch aus dem Biologieunterricht in der Schule. Aber wie man mit der Nase feststellen konnte, ob der Geruch von links oder rechts kam, überstieg meine Vorstellungskraft. Nun schnitt Jonathan ein Stück der Wabe mit einer speziellen Klinge ab, die an einem langen Stab befestigt war. Er fegte die Bienen mit einer Feder herunter und reichte mir die Wabe. Wie isst man das denn? fragte ich ihn. Schon klebten meine Finger vom Honig, der an der Wabe herunterlief. Du kannst das Stück in den Mund stecken und kauen. Das Wachs kannst du zum Schluss herausnehmen oder schlucken. Ich biss ein Stückchen der Wabe ab und sofort schoss mir der herausquellende Honig in den Mund. Mh, der ist ja kein Schwarm, kündete ich meine Überraschung mit vollem Mund. Noch niemals hatte ich solch eine herrliche Süße genossen. Der Honig strömte ein unbeschreibliches Aroma aus. Es ist die Mischung von Blütenpollen, Harz und Wachs gemeinsam mit der Stockwärme, die diesen Wabenhonig so einzigartig macht, sagte mein Bienenkenner. Damit ist es wie mit allen unseren Nahrungsmitteln. Frisch aus der Natur sind sie am wertvollsten für unseren Körper und unsere Geschmacksknospen. Ich aß das Wabenstück mit Hochgenuss und beobachtete, wie er zwei weitere Honigwaben erntete und nebenbei von der Arbeitsteilung im Bienenstock erzählte. Dann zeigte er auch die männlichen Bienen, die Drohnen, welche viel größer als die weiblichen Arbeiterinnen waren. Ihr Kopf bestand fast nur aus den Augenpaaren und sie brummten beim Abflug so laut wie eine dicke Hummel. Jonathan ließ einen Drohnen aus seiner Hand herumkribbeln. Die Drohnen können nicht stechen, sie sind auf die Fütterung durch die Arbeiterinnen angewiesen und starten jeden Tag, so um die Mittagszeit, ihren kilometerweiten Rundflug, wo sie nach unbegatteten Königinnen Ausschau halten. Hoch in der Luft findet dann der Paarungsflug statt, nachdem der Drohn stirbt. So erfüllt er seine Aufgabe mit der Weitergabe der Gene an die nächste Generation. Mit diesen Worten fegte er die Bienen vom Rand der Öffnung und setzte die Klappe behutsam wieder an ihren Platz. Wir wollen sie nun in Ruhe lassen, sonst geht durch die Öffnung zu viel Nestwärmeduft verloren. Nestwärmeduft, schnappte ich. Mein Kopf schwirrte vor lauter Neuigkeiten, wie ein ganzer Bienenschwarm. Das ist die Luft im Inneren des Stocks. Sie ist warm und wird von Bienen mit Propolisdampf gesättigt. Die Propolis stammt von harzigen Bäumen und wirkt keimhemmend auf Bakterien. Nur so ist ein Leben von rund 50.000 Individuen auf so engen Raum möglich. Super! Das ist ja wie ein natürliches Medikament, begeisterte ich mich. In gewisser Weise kann man das so sagen. Und das ist nicht das letzte Geheimnis der Bienen. Jonathan machte eine kreisende Geste mit seinem Arm in Richtung der anderen Bienenstöcke und setzte eine geheimnisvolle Mine auf. Willst du noch mehr über den Siebenstern erfahren? fragte er mich. Ja, das interessierte mich auf jeden Fall. Irgendwie weiß ich noch nicht, wie diese Formation der Bienenstöcke eine besondere Wirkung haben soll. Komm mal mit! Jonathan winkte mit der Hand und ich folgte ihm ein kleines Stück von dem Stamm weg. Dort setzten wir uns zwischen zwei Sternenspitzen auf den Boden. Jetzt sei einfach nur still und fühle in dich hinein. Ich setzte mich und atmete tief ein und aus. jetzt weiß ich es, was die anderen meinten, als von der besonderen Siebenstern-Energie die Rede war. Ich hatte das Gefühl völliger Ruhe. Die wirren Gedanken in meinem Kopf waren entschwunden und ich konnte einfach den Moment genießen. Genau jetzt hörte ich den Flug der Bienenlaut in meinem Ohr summen, sah die kleinen Wesen hin und her fliegen und roch den feinen Duft, der in der Luft lag. Kein Gedanke brach diesen Moment. Ich war im Jetzt. Eine Weile später hörte ich Jonas Stimme. Schön, oder? fragte er. Er musste mich wohl schon eine Zeit lang angesehen haben, so wie er grinste. Oh ja, das kann man wohl sagen, meinte ich bedacht. Dass hier eine besondere Energie ist, spüre selbst ich. Aber was genau bewirkt denn nun diese Energie? Naja, alle Gründe dafür kennen wir nicht mit Bestimmtheit. Aber immerhin einige. Das Wissen des Siebensterns wurde schon im 12. Jahrhundert in der gotischen Baukunst eingesetzt. In dieser Zeit wurde unter anderem Kathedralen mit einem inneliegenden Siebenstern gebaut. Durch die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen und die genauen Winkel und Abstände können die kosmischen Energien besonders wirken. Außerdem bildet sich über jedem Bienenvolk eine sogenannte stehende Energiesäule. Durch den Siebenstern selbst werden die Energien der einzelnen Bienenvölker gebündelt und gleichmäßig in alle Richtungen ausgestrahlt. Je nachdem wie der Siebenstern gebaut ist ergeben sich kleinere oder größere Wirgradien. Es sollte sich aber kein Wirgradius mit einem gleichgebauten überschneiden, da sonst die Wirkung in diesem Bereich aufgehoben wird. Dass so viel Wissen dahinter steckt hatte ich nicht im geringsten geahnt. Danke für diese Erklärung. Das ist ja echt faszinierend. Ja, und es ist für uns und die Bienen sehr wichtig, dass diese Energie nicht durch tieristische Funkmasten gestört wird. Die Insekten sind da sehr empfindsam. Schon ein Rundfunkmast in einem Wirrkreis von einem Kilometer kann die Bienen stören, so dass sie sich lieber eine ruhigere Blei besuchen würden. Auch das wird von Menschen pauschal im Bienensterben mit einbezogen, denn die Gründe sind vielfältig, aber alle von Menschenhand geschaffen. Jonathan nahm die kleine Kiste auf, in die er die Honigwaben verpackt hatte. Wird dieser Honig im Laden verkauft, wollte ich von ihm wissen? Nein, nicht der aus dem Siebenstern. Wir haben noch andere Bienenstöcke, die wir beernten, zum Beispiel die Lehrbienenstöcke in unseren Schulen. Außerdem bleibt vom Honig meist nur wenig übrig, da die Veda Elysianer ihn sehr gerne selbst nutzen. Auch für unsere Feste brauchen wir immer etwas Honig. Und jetzt am Wochenende ist doch auch das Fest für die neuen Paare. Das werden wir damit süßen, lachte er. Stimmt, Julian hat doch das Treffen organisiert, oder? Krant ich in meine Erinnerung. Ja, das ist richtig, antwortete Jonathan. Hat er dich auch eingeladen? Ja, das hat er. Jonathan grüßte herzlich, lud seine Kiste auf seinen kleinen Handkarren und machte sich auf den Weg. , ihr h 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 Untertitelung des ZDF, 2020